So dafür, dass dieses Gewürz so geil sein soll, findet man aber überhaupt kein *** über dieses ****** Gewürz. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Murielicious. Ich bin euer Muri und heute geht's weiter mit Assassin's Creed Mirage. Wir werden heute wahrscheinlich unsere dritte Zielperson finden. Mal schauen, wer das ist. Ich hab da auch schon eine kleine Theorie, über die ich euch informieren werde im Laufe des Gameplays. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht allzu lang, sondern sehen uns im Gameplay. Also bis gleich. So, eine gesichtslose Feder bespricht dich mit Rivka. Fertigkeiten. Wie viele haben wir? Drei Fertigkeitspunkte ist gut. Für die Sachen hier brauchen wir mittlerweile vier. Das finde ich langweilig mit dem verlangsamten Dingsangriff. Und das mit den zusätzlichen Hilfsmitteln finde ich auch unnötig, weil ich finde die Hilfsmittel halt einfach unnötig. Diese drei anderen Hilfsmittel. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nicht dahingehend erweitern möchte. Ähm, das hier würde ich aber gerne verbessern. Dass ich mit Enkidu schneller die Feinde finden kann. So. Dann würde ich sagen, auf geht's ins Bruderschaftshaus. Ich hab die ganze Zeit diesen Ohrwurm von diesen TikTok-Videos. I feel like a fan queen. I feel like a fan queen. Da muss man dazu so voguing machen. I love this. So ihr Lieben. Wie hat euer Jahr... Ich bin ein bisschen zu weit. Ich bin nicht so mittig heute. Ich hab heute meine Mitte noch nicht gefunden. Jetzt aber. Ähm. Ihr Lieben. Wie war euer neues Jahr? Wie seid ihr reingestartet? Was habt ihr getan? Ähm. Wart ihr mit Freunden? Wart ihr mit Familie? Wart ihr alleine? Was ja auch erstmal nichts Schlechtes ist. Wart ihr glücklich? Ähm. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht. Und. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin sehr froh. Der verlorene, verborgene Kehr zurück. Hier zu sein. Mit euch. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus Fremdenland. Das ist ein ASMR. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Okay. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Nee. Es geht um ein bestimmtes Objekt. Um ein bestimmtes Objekt. Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Daira Talmal versteigert. Ja, dann gehen wir mal da hin. Eine offizielle Einladung zur Option. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl El-Anka als auch Kululu sein. Übrigens. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hört ein Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten ein Gemüste. Und ihr wisst, wie meine Theorien sind. Wie eine türkische Serie. Und er zweifellos bei der Daira Talmal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Zug, wenn du soweit bist. Yes. Wir treffen uns beim Zug. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Ja, ich unterschätze ihn ja auch gar nicht. Ich werde vorsichtig sein. Also. Meine Theorie ist, dass der alte Freund von uns, bei dem wir Tee und sowas gekauft haben. Vom Trudeln im Bruderschaftshaus. Ich habe vergessen. War das ein Chinese? Ich weiß nicht, ob der Chinese war. Japaner, Koreaner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er unser Boss, unser Gegner ist. Unser Endgegner. I don't know. Also nicht der ganz große Endgegner, sondern jetzt hier. Das Er, der ist, den wir suchen. Der, wie heißt er jetzt hier in diesem Fall? Haben wir noch gar nicht den Namen von der Person, den wir suchen, ne? Den Namen. Also, hier war das ja, wir hatten ja Alrul und so weiter. Das haben wir hier jetzt noch gar nicht. Was war hier nochmal? Verbrunnen, aber die Zeit dafür hast du es nicht draußen. Wird eine wahre Fall geboten. Geheimgewürz. Na gut. Egal. Äh, wir gehen jetzt einfach erstmal zu Rochuan und schauen, wo uns die Reise hinführt. Und ich fühle mich wieder so dunkel. Tagebuch einer Gewürzhändlerin. Hm. Bei Allah! Nie zuvor sah ich solch ein Verlangen nach einem Gewürz. Diener und Kunden trampelten einander nieder, nur um an ein Fläschchen zu gelangen. Die Fußtritte, die Kämpfe, welch Feuer, welch Gier. Es ist mein großes Glück, solch ein Vermögen zu verdienen. Ich muss erneut mit meinem Lieferanten von den äußeren Märkten sprechen. Während er schuftet, um diese süchtig machende Mischung herzustellen, werde ich reich. Okay, vielleicht verkauft da jemand Kokain. Guck mal, das ist auch schon so weiß. Lol. Also bei den äußeren Märkten. Was sind denn die äußeren Märkte? Wo sind wir denn hier? Wir sind hier. Und wo sind die äußeren Märkte? Das ist jedenfalls Al-Karj. Okay. Na gut. Das anscheinend. Wird mir mehr angezeigt? Ist hier vielleicht noch eine Notiz irgendwo? Nein. Ach krass, seht ihr? Wir sind schon ziemlich schnell unserer Dings auf die Spur gekommen. Unsere kleinen Mini-Mission mit dem Gewürzen. Vor allem als wird da keiner stutzig. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Das heißt, sie wollen es unbedingt. Ich beobachte die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden. Koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen. Bevor die Auktion... Basim, ich glaube nicht, dass du mehr Geld als einen Schatzmeister hast. Wenn man nach solch einem Posten, wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Hm. Schweigen ist besser für die Weisen. Und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, Roshan. Nein, denn ich bin dein Spieler, mein Lieber. Fäulnis greift in El Karch um sich, Schatzmeister. So, wer ist der Schatzmeister? Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Daira Talmal versteigert wird. Daira Talmalmal. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Töte den Schatzmeister. An der Spitze von El Karchs Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler El Karchs finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einer seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Leute, findet ihr irgendwas Spezielles an den ganzen Missionen? Also bei Al-Rul ging es um irgendeine vergrabene Stadt, um irgendeine Ruine. Was hat der da gesucht? Der hat da irgendwas, bestimmtes gesucht, ich weiß nicht mehr was. Ähm, bei, bei, ähm, dem, dem Weißen, bei dem Gelehrten, hieß er nochmal, Al, hab ich den Namen vergessen. Ähm, bei dem ging es um, der hatte dieses komische, diese Apparatur, halt, ne? Der hatte diese Apparatur und jetzt geht es um eine Haarnadel. Ich versuche gerade eine Verbindung zwischen den ganzen Dingen zu finden. Weil eine Haarnadel ist ja schon ein interessantes Ding, oder? Suche im Bazar nach Informationen. Gut. Ne, das ist ein Händler. Kannst du mir irgendwas geben? Schauen wir mal, was du hast. Ja, schauen wir mal. Die sollten einem niemals ausgehen. Wie viele habe ich davon? In Besitz habe ich zwei. Sehr gut. Flickzeug für deine Ausrüstung. Eine weise Wahl. Die Kleidung eines Händlers aus dem fernen Osten. Na, Tarnis machen wir euch nicht. Kann ich sonst noch? Na, danke. Shukra. Ich muss gehen. Leb wohl. Tashakur. Äh, Shukra. So. Was siehst du? An diesem Ort ist der Einsatz von Hilfsmitteln nicht erlaubt. Also, Enkidu sieht auch nichts. Ne. Suche auf dem Bazar nach Informationen. Gut, dann gehen wir erst mal rein. In den Bazar rein. So, ne. Okay, das war Aufruf zu den Waffen. So. Seht ihr hier? Ach, da. So. Kong. Ach, Kong war das. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Okay. Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Hm. Okay, dann wird's Kong wahrscheinlich doch nicht sein. Ich weiß schon etwas, aber du weißt, hier es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink. Die Dairatulmal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat hier wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Da Luca schon wieder. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Warum gehst du nicht selbst klauen? So selbst gut genug. Wen haben wir noch? Das war es erstmal. Runtertauchen. Da kann man einbrechen. Also hier kann man einbrechen. Ansonsten da ist noch jemand. So. Und das ist der Laden von unserem lieben Freund Luca. Unser Lieblingsgriechen. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann. Ein Teller. Ja. So. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Warum ich das gemacht habe. Aber ich hab's einfach mal gemacht. Ne. Ne. Kaputt machen ist glaube ich schon mal ne richtige Dingsda. Aber ich weiß nicht wie. Ah. Ah. Als ob das nicht auffällt, Leute. Ich bitte euch. Ah. sehr unauffällig. Sehr unauffällig. Das hat mich mal hässlich gemacht. Oh mein Gott. Ist einfach verschwunden, Leute. Gebt euch doch ein bisschen Mühe. Hätte ich nicht einfach hier durchlaufen können? Warum hab ich mir jetzt den Aufwand gemacht? Stille ich jetzt nicht. Ach soo. Ach soo. Da hab ich das Ding. Sorry. Ich bin ein bisschen dumm. So. Und wohin damit? So. Geht doch. Lesen. Unser Moment ist gekommen. Es geht auf den Dächern vor. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein. Und somit ist das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen, sofern ihr nicht vorhabt, wie Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Okay, also die ganzen Leute hier versammeln sich, um trügerische, böse Dinge zu tun. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Warum denn so ein Teller? Was ist denn für ein Teller? Wo sind meine Questgegenstände? Schade, dass ich das nicht, dass ich das nicht nix machen kann. Wie er es nicht genauer angucken kann. Schade, Schokolade. So, gibt es hier noch was zu lesen, noch was zu gucken? Oh, tschüss, was für ein Riesenfeuer. Sorry. So. Aus dem fernen China. Ich glaube, Kong hat die besser. Ich glaube, der wird jetzt über den Regen. Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Kissen im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Kululu? Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Fremdländisches Artefakt-Hinweis entdeckt. Gut, und was hat mir das jetzt gebracht? Absolut gar nichts. Absolut gar nichts, nada niente. So, wo ist Kong? Hier ist noch ein Brief. Ein Entschuldigungsentwurf. Ich brauche bitte nur noch ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steuerauftrag hat. Der Brief bricht hier ab. Okay. Dann wird sie wahrscheinlich geholt. In dem Moment, als sie sich entschuldigt hat. Tja. Du sollst leben, ne? So. Wo ist dein Kong, Alter? Ich weiß nicht, warum ich es sehen kann. Hä? Die Rechte sieht aus wie diese Dichterin. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kina der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Kina? Niemand ist unglücklicher, wenn drei Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Saeedati. Gewisse Vorkommnisse haben uns in Lage zusätzlich erschwert. Was hat sie gerade gesagt? Saeedati? Malam. Meister. Kann ja nicht schaden, ein bisschen zu klauen. Oh, das war ein lauter Crunch. Sorry. Ich glaube, ich werde heute mein Mikrofon richtig auseinandernehmen. Wie die da chillt. Blut. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kina so besonders. Wir brauchen es. Blut. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röchere Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mir das nicht in dem Moment gedacht, als ich das Spiel gespielt habe. Als ich aber das Video geschnitten habe und er das gesagt hat in dem Moment, dass das nach Eisen riecht, habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht Blut ist. Habe ich mir schon gedacht. Friede sei mit dir, Saeedati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Saeedati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kina. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut? Das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kina. Ning. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert. Wie so viele. Der Schatzmeister ist eine Frau. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Deiner Talmal, Saidati. Das ist bestimmt die lesbische Gefährtin. Der Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Und ihr Name ist Ning. Klingt aber auch eher asiatisch, gell? Klingt auch eher chinesisch. Also es klingt jetzt weder arabisch, noch klingt es persisch. Bring dir den Teller zu Kong. Kong, wo bist du da? Ja, ist dein Böhm-Teller. Der kleine Pink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Gut so. Ich fand gerade meine Nachmittagstelle. Der ist einfach zum Klauen geschickt. Als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Daira Talmal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an. Mit feinen östlichen Stickereien. Halte da nach Ausschau. Östliche Kleidung. Danke, komm. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Ja, dachte ich mir drauf. Die Auktion sollte bald beginnen. Ning. Ausländisch. Achso, ja, Ning. Also interessant. So. It's time to kill a woman. Oh. Falsch. So, dann gehen wir doch mal zu Dairam Damal. Weil es auch heißt. Ich kann mir den Namen nicht merken. Der besteht mir aus zu vielen. Untertauchen. Untertauchen. Ich denke die ganze Zeit, das sind Sachen zum Lesen. Das gibt es hier nicht mehr Sachen auf dem Markt, die man untersuchen kann. Das finde ich so traurig, dass sie nur so ein paar Sachen haben. Und hier ist ein Schatz. Ich werde alleine demnächst ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Ein bisschen mein Inventar auffüllen. Ein paar coole Sachen holen. Die Sachen kann ich ja auch alleine machen, ohne euch. Oder? Das kann ich ja auch ohne euch machen. Schatzsuchen. Schätze suchen. So, es geht los. Haben wir hier noch irgendwas zu holen? Zu erledigen? Zu machen? Machen wir mal das Biakugan und schauen nochmal. Irgendwas besonderes zu holen? Hm? Ne. Dann würde ich sagen... Daida Dachmal! Es geht los. Ihr kennt meinen Spruch. Erst gucken, dann die Mission beginnen. Aber hier ist nichts besonderes. Ne. So, schauen wir mal. Willkommen! Friede sei mit euch! Einfach eine Auktion. Ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres geworden, um euer Tiefstisch Verlangen zu stillen auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah hat uns gezeigt. Der Gastgeber. Es erfüllt mich mit großer Freude. Süß. Basim ist so süß. Ich liebe Basim. Zu unserer jährlichen Daida Dachmal zu begrüßen. Daida Dachmal. Oh. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El Hint. El Hint. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und... ... und bereichert jedes Heim. Hm. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter. Nein. Zwei. Nun. Zum Ersten. Zum Zweiten. Ah. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Carina. Carina. Wie ich sie mache? Dieses Stück geht an die Reizfüge da. Als nächstes diese Haarnadel. Ah. Jetzt kommen wir. Jetzt wird... Jetzt kommt der Beef. Jetzt wird gebeef. Eine eizigartige himmlische Schönheit. Was ist da drauf? Schreibt euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Ach, es ist ein Drache. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Aztecai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre? Ning, die Schatzmeisterin. Hm. Äh. Zwei. Noch jemand? Hm. Oh mein Gott. Sie lässt die Leute bestimmt direkt umbringen. Komm, einfach nur für den Beef. Da, noch ein Dritter. Hä? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld habe. Wir geben alles aus. Wir geben alles aus. Niemand? Dann verkauft. An den stöttlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nun dir, Sayedi. Kommen wir zum dritten Objekt. Uff, sie ist richtig mies drauf. Die, die plant richtig, mich umzubringen. Die plant schon richtig den Mond. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairatalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Okay, danke Bruder. Danke. So, gucken wir uns mal diese Haarnadel an. Haarnadel. Eine wertvolle Haarnadel aus dem alten China. Kunstvoll gearbeitet und vom Schatzmeister begehrt. Ich finde es schade, dass sie das nicht Dings machen können. Dass wir das uns nicht angucken können. Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe. Ihre Anmut. Wie ein einzelner strahlender Stern am dunklen Nachthimmel. Ich meine, ich lebe jetzt. Könnte ich nur mit ihr sprechen. Hehehehe. Ich hab die gerade richtig abgefuckt. Ich hab die richtig abgefuckt jetzt. Die Arme. Also, fang jetzt meine Theorie mit Kong. Verzeihung. Meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche. Kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen. Herr beordert. Okay, Bruder. So. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche. Kein Zutritt. Dann hol ich mir also eine Brosche. Achso. War ja klar, dass ich den hätte. Ich muss ihm folgen. Und dann kalt machen. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch. Bei allem Respekt. Damit stehen dir noch immer nicht drei Beutel Safran, zwei Beutel Vanille und eine Flasche Honig. Kostenlos zu. Ist so. Und erhört. Welch Verschwendung meiner Zeit. Hallo. Gewürze für dich? Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich. Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Gefallensmünze der Händler. Reicht das für ein paar Informationen? Ja, ja, ja. Ein paar Monäten. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich bin bleib. Nach dem Händlerbezirk. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? Ist so. Einfach Influencer, wenn die irgendwo essen gehen und sagen, kann ich mir leider eine Story bezahlen? Äh, gut. Aber der Arne-Typ, der hatte doch eine Brosche. Ich kann ihn doch einfach umlegen und mir seine Brosche nehmen. Ja, aber das tun wir nicht, weil wir sind gute Menschen. Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich. Schön. So, kampf erlaubt. Komm her, Bruder. Ja, komm. So. Haben wir hier noch wen? Da, da. Oder, wieder, der Kamera, wieder der größte Feind. As always. So, nehmen wir uns den Dress hier. Irgendwas cooles zu lesen. Nein. So. So. Mein Ohr juckt. Aber hier oben. Mein Ohrläppchen. Lappen. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. So, zunächst einmal holen wir uns das, was in der Tour ist. Ah, das ist ein neues Müll. So, ist hier irgendwo ein Gegner? Scheint nicht so. Dann können wir doch einfach runter. Sammel. Uh. Super. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Okay. Da hat jemand eine Scherbe. Es ist mir egal, was ihr tun müsst. Verbrennt sie oder töten ihre Hunde, wenn es sein muss. Verstanden, Said. Wir werden dein Gold am Morgen vom Stand des Händlers holen. Um jeden Preis. Warum nicht heute? Ihr werdet mit jedem Tag unfälliger, nutzloses Pakt. Boah, da ist jemand wütend. Was? So, Nummer 1. Und Nummer 2. Das ist schon verboten. Das ist schon verboten. Das ist schon verboten. Einfach, wirklich. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. So. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Wie sieht diese Brosche aus? Ich habe mir die jetzt gar nicht angeguckt. Wie sieht die Brosche aus? Oh, schön. Wie ein Illuminaten-Dreieck. So. Hier gibt es nichts mehr zu holen, oder? That's it. So, dann kann ich jetzt, ja. Aber kann ich mit den Händlern jetzt ein bisschen chillen und denen meine Elfenbeinbroschenmünze zeigen und denen sagen, so, ey, mach mal ein bisschen bessere Preise. Wo sind die Händler? Lass mal ausprobieren. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Hm. Ich gehe da. Gute Reise. Schade. Ich dachte, das hätten die wenigstens machen können. So als cooles Ding. Dass wenn man mit der Brosche rumläuft, bevor man halt die Mission beendet hat, dass man halt ein paar bessere Preise bekommt. Dass die halt wirken wie dieser 10%. Dass wir uns halt für eine coole Zeit ein bisschen cool fühlen. Für eine kurze Zeit ein bisschen cool fühlen können. Ach. Die sollten mich mal ins Spieleentwickler-Team mit reinholen. Ich sag's euch. Ich beiße noch ein letztes Mal in meine Paprika, okay? Ich gehöre jetzt zu den Cool Boys. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selbst. Ich habe noch nie so viele Schätze einabgesehen. Oh no. Wenn ich die umgebracht habe... Nachdem ich die aber umgebracht habe, werden die alle auf mich drauf gehen oder wie? Du bist nicht willkommen. Geh! Es ist die Vase hier. Aber schaff mir den Teller aus den Augen. Vielleicht können die Hunde im Such... Geh weg! Ihre Ansprüche sind zu hoch. Da drin muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Ja, ja, warte. Ich will erst mal ein bisschen... Mahnung zur Vorsicht, Pairika. Ich war nie jemand, der ein Loblied auf die Tugend der Bescheidenheit gesungen hätte. Es lohnt sich jedoch, mit Unauffälligkeit vorzugehen, wenn das eigene Überleben davon abhängt. Das kürzliche Ableben unseres Bruders zeigt deutlich, dass wir ungewollte Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Schränke die Zuschauer zur Schaustellung deines Reichtums ein und höre auf, öffentlich zu bieten, ehe noch mehr Klingen aus den Schatten hervorkommen. Al-Bahamut, der Kopf, der Schlange. Ah, ist das nicht unser großer Boss? Und wer ist Pairika? Oh! Wir haben einen neuen Dolch. Ah, schaut mal. Das ist jetzt der Ort. Pairika. Pairika. Der Weg nach vorn. Meine Geschwister, mit dem Tod des Kalifen ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Seid beruhigt, das Spielbrett wurde mit neuen Figuren erneut aufgebaut. Aus der Asche all dessen, was wir erschufen, werden neue Feuer entspringen. Facht die Flammen des Widerspruchs an, sät Misstrauen und erntet euren Lohn. Anashi ist unser Verbündeter. Ordnung wird sich aus dem Chaos erheben. Die Falle wurde gelegt. Al-Bahamut, Kopf, der Schlange. Okay. Also der Big Boss ist Al-Bahamut. Und der Name, der echte Name von Ning ist anscheinend Pairika. Gibt's nicht noch mehr zu holen, bevor wir anfangen? Gibt's nicht noch mehr zu lesen? Nein, ich will mehr Glore. Ich will mehr Story. Gib mir mehr Story. Vor allem denke ich auch so, was macht der Bruder da? So, jetzt bin ich bereit. Let's go. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Die Haarnadel. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Warum willst du diese Haarnadel wohl so sehr? Oh no. Basim denkt sich nur so. Dafür, dass du so ein Kind bist. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken. Mit Steinen als Schmuck. Oh mein Gott. Ich tat so, als wären sie selten Elfsteiner. Dieses Augenrollen. Der hat nichts. Der soll halt einfach die Schnauze. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Um dich umzubringen. Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Ich bin auch Sammler. Er ist so süß. Ich liebe es, wie er sich verstellt immer. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung. Wo andere Aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Seid ihr bereit? Let's get her! Oh, wow. Uiuiui. Sie wusste aber, was auf sie zukommt. Oh. Doppel-Time. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Ja, und deswegen müssen wir im Leben das Beste machen, um nicht allein zu sein, sondern um nicht einsam zu sein. Allein ist in Ordnung. Einsamkeit zerstört. So, jetzt kommt wieder unser Best Friend. Unser, unsere Schlaf-Parelyse. Hm? Da formt ihr aber auch absolut nix. Nada niente. Ich würde gerne mal was sehen. Ich sehe aber auch nix, weil hier, ich halte, der Kontrast ist viel stärker für mich. Weil hier direkt zwei Schlichter in meinem Gesicht scheinen. Oh, diesmal sehen wir ein Bein. Das ist kein Problem. Verdammt. 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 Ich hab's mir doch gedacht. Ich wusste. Verdammt. Bekört mich mal. Gar nix kriegt ihr. Bye, bye. Rein in die Rosen. In den Rosenbösch. In the Rosebösch. So. So. Ningning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Hm. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben. Aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hm. Aber dann wären wir mit Al-Karj fertig. Hast du ihn gesehen, den Dschinn? Mit Al-Karj fertig. Ich. Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruhe dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. So ganz fort ist er nicht, ne? Hat uns ja gerade noch in unserem Dunkeln... Die so. Geh mal schlafen, Basti. Hm. She's thinking her thoughts. Ich schlafe auch nur von Mord zu Mord. Meisterschüler. Verbesserungsplan. Schwert des Eingeweihten von Alamut. Ich kann das Schwert jetzt noch mehr verbessern. Sehr gut. So. Ihr Lieben. Das war's mit Al-Karj. Und ich würde sagen... Ich würde jetzt gerne... Diese Quest weitermachen. Mit dem... Mit dem Dings da. Äh... Mit dem... Mit dem Geheimgewürz würde ich gerne weitermachen. Und uns wurde gesagt, dass wir zum äußeren Markt gehen müssen. Das war ja an der Brücke. Also. Das ist schon mal ein Markt, der so ein bisschen weiterhalb außerhalb. Also außen ist. Deswegen macht mich das schon mal ganz glücklich. Plus. Hier haben wir dieselbe weiße Substanz gefunden, die wir auch hatten, als wir die Notiz gefunden haben. Das... Das lässt mich alles gut dünken. Dass wir hier... Auf der richtigen Spur sind. So. Und jetzt... Hier ist ein Team! Hilfe! Ein Team! Ein Team! Hm. Wuh! Werdig. Hm. 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 Das war's. Ich sollte mich nicht verschweren. Zumindest bin ich ungebrannt. So. Süße Rache Baumwoll Baumwollfelder Versteckt Und der Schlüssel ist unterm Beul Achso Das weiße Zeug ist keine Ist kein Salz, das ist Baumwolle So, dann gehen wir doch einfach Dings vor Bei der Weide, achso Das ist die Weide Eine Trauerweide Achso Das hat gar nichts mit den Gewürzen zu tun So, Inventar Okay Das sind Felder Anscheinend Da hab ich gerade keine Nerven für Also Ich habe absolut keine Ahnung Wo die äußeren Märkte sind Leute, ich weiß nicht Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll Nach diesem blöden Gewürz Äußerer Markt Das macht mich aggressiv Ne, Leute Ich glaube nicht, dass es noch irgendwas wird So, wisst ihr irgendwas über geile Gewürze? Dafür, dass dieses Gewürz so geil sein soll Findet man aber überhaupt kein Über dieses Verdammt nochmal So geil kann es auch nicht sein Wenn jemand, der danach sucht Nichts mal Ansatzweise Darauf Stößt Ah Mein Gott Wie schön du bist Achso Ja, fein Ja, das bist du So ihr Lieben Das war's für heute Äh, ja Wir haben Nummer Drei Ähm Ausgeschaltet Von den Von der Schlange Also Müssen wir noch eine Person ausschalten Dann geht's zum Kopf Der Schlange Das war glaube ich Ein kurzes Gameplay für euch Ich hab jetzt Fast zwei Stunden gespielt Ähm Aber Die andere Hälfte Erschwahl ich euch Das war nur Rumgesuche Und leider erfolglos Ähm Aber so ist das halt auch manchmal im Leben Manchmal schafft man halt nicht alles Was man sich vorgenommen hat Und ja Ich werde jetzt glaube ich Vielleicht noch ein bisschen Alleine rumspielen Ein paar Sachen Ein bisschen die Welt erkunden Ein paar Sachen sammeln Vielleicht nochmal ein bisschen Geld eintreiben Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal Bei Murielisches Euer Muri Ciao